Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Challenge auf diesem Kanal. Wir machen nämlich heute eine Challenge, die mir mehrfach in den Kommentaren verlinkt worden ist. Wir machen nämlich heute die Katzenfutter-Challenge. Und er hat mir nämlich strikte Anweisungen geschickt, wie ich diese Challenge denn zu befolgen habe. Nicht, wenn ich einmal lache, dann muss ich Katzenfutter essen. Nein, wir machen es heute mal ein bisschen extremer. Wenn ich einmal lache, muss ich zweimal Katzenfutter essen. Wenn ich zweimal lache, muss ich viermal Katzenfutter essen. Wenn ich dreimal lache, dann muss ich sechsmal Katzenfutter essen. Also ihr merkt es, immer das Doppelte drauf. Ich habe mir fünf Videos ausgesucht, auf die ich reagieren werde. Und wenn ihr die Videos ohne meinen Gebrabbel sehen wollt, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung und das werde ich sagen. Let's go! So Freunde, ich habe mir jetzt hier fünf Videos ausgesucht. Hier einmal das von Dummer Bockblinn, dieses Video hier. Dann nochmal eine richtige Lachen-Challenge. Und dann eine Caillou-Verarsche, weil die sollen extrem witzig sein. So, keine Ahnung. Und eine Mario-Verarsche. Und dann nochmal als besonderes Video. Die Fortnite-Brüder. Let's go! Und jetzt schauen wir erstmal hier rein. Bei Dummer Bockblinn. Weil ich finde, der macht auch immer relativ witzige Videos. Aber Leute, wenn ich lachen muss, dann, ne, wisst ihr ja, Bestrafung Katzenfutter. Könnt gerne mitmachen. Aber ich brauche kein Katzenfutter nehmen. Und was war das denn jetzt gerade? Wie gesagt, wenn ich nicht lachen muss, dann werde ich das auch nicht essen. Also, ich werde nicht... Und willkommen zu meinem ersten News zu Wochen, I was you hack. Cloudy Super Mario was you von Rimea. Und jetzt kommt der springende Punkt. Zinnig, witzig. Völlig unreal. 777. Das ist eben, was ich bei den Fangames immer... Was? Nein! Ich hab gelacht. Ich hab vergessen, dass es eine Nicht-Lachen-Challenge ist. Oh, shit, ey. Natürlich von der Marke, die man nicht nennen darf. Egal, weil wenn, dann muss ich die Marke wegmachen. Aber, ja. Yo! Oh, nee. Okay, ich merke mir eins. Ich merke mir eins. Das werde ich dann danach essen. Weil, wie ich die Challenge verstanden habe, muss ich mir das jetzt halt rausholen. Aber ich merke mir eins, ein Punkt ist jetzt zwei. Ja. Nee, ein Punkt ist einer, zwei sind vier. Ja, okay, ich verstehe schon. Ich mache das jetzt auch so ein bisschen anders. Ein Punkt sind zwei. Weil, hier sind direkt zwei rausgekommen. Aber, wie soll man das erst am Ende essen? Oh, scheiße. Delfingeräusche. Siehs. Das ist so ähnlich wie ich und meine Post. Äh. Ja. Ich denke eh schon alle, dass ich gay bin. Wenn du noch einmal daherkommst, dann werde ich deinen Vater packen. Und seinen B**** in seine Fresse reinhauen. Candys B****. Das ist nicht wirklich ein Musikladen, oder? Allein wie sie da steht. Diese Hotpants. Diese Mega B****. Dieser Gang. Die blonden Haare. Oh. Oh mein Gott. Ich gebe zu. Ich störe auf sie. Aber es gehört halt irgendwie dazu. Boah, heftig. Schuh so. Der Hack. Oh, Leute. Gucci Capiti. Hey. Gucci, Gucci. So die Kamera. Boah. Ich meine, ich habe erst vor kurzem die Deluxe-Version auf der Switch. Als ob ihr nun... MENZEN DER. Mach auf. Boah, 17 Sekunden, Leute. Ich muss durch, ich muss durch. Es tut mir leid. Wo ist denn das Ziel, verdammt? Leute, aber lachen ist halt, wenn man wirklich lacht. Und nicht, wenn man... Das ist schon lachen. Es muss halt ein Geräusch rauskommen, okay? Dass wir das so ein bisschen definieren, weil sonst... Okay. Soll es die Wolke sein? Hallo. Ist ja klar, dass man das besser macht. Sagte er und nahm sich völlig grundlos. War das lachen? Ich habe keine Ahnung, was das lachen war. Sein ganzes Leben. Okay, wisst ihr was? Ich nehme noch... Ich nehme... Oh, nein. Warte mal. Wenn 1, 2 sind... Dann sind 2, 4. Wieso tue ich das eigentlich? 4! Was? Nein, oder? Okay. Ich bin so dead. Ich bin so dead wie Vater. Jetzt habe ich schon 3, 4, 5, 6. Ich muss jetzt schon... Okay, sieht man das hier? Ich muss schon 6 Katzenfutter essen. Ach, dicker. Problem ist, wenn ich jetzt noch einmal lache. Boah. Egal. Man darf nicht drüber nachdenken, weil das falsche Katzenfutter ist meiner Meinung nach ekelhafter. Man darf nicht so drüber nachdenken. Man kriegt das schon psychisch hin. Der fliegt da so weit weg, als... Es gäbe es keinen Morgen. Ja! Ja, genau. ...der mich wirklich verletzt hat. Zu wild. Das ist neu. Ich war... Student. Aber grooming... Hä? Alles, was mit diesen Bauplätzen da zu tun hat, das triggert mich schon... Ja. Tut schon gut weh. Tut schon gut weh. Nein. Diese Level sind meistens mit Schlangenblöcken und Scrolling und so... Oh, nee. Wie komme ich denn an die Starcoin? War doch nur dieser Hammer... Äh, Quatsch, dieser... Boomerang. Sie haben das gleiche Bild. Siehs. Muss ich da hoch? Mit goldenen Röhren. Goldene Teppiche. Überbrecher mit Erfolg, meine Teppiche. Goldene... So viel Geld schon gespart auf der Volksbank. Alles zu schüren. Ey, das war geil. Ich war gerade erst... Das nächste ist in einer richtigen Oldschool-Nicht-Lachen-Challenge. Let's go. Dann gibt's die Leute, die ganz normal was essen. Guck ich zum Beispiel. Dann gibt's heute, die hunde ich einfach mal eine Cola. Und dann gibt's einen fetten Bastard, der sich die ganze Kuchen holt. Oh mein Gott. Hä, sollte er anhalten oder was war da gerade los? Ich glaube, er sollte anhalten. Kevin, das ist einfach so dumm. Oh nein. Ey, Bruder, mach's nicht. Das ist das Blödste, was ich da angezogen habe. Nein, mach's nicht. Oh nein, oh nein. Schaltet ab, schaltet ab, 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 ab. Bernd das Brot. Und da geht Werbung los. Ich fand Bernd das Brot immer cool. Bin ich ein komischer Mensch? Was ist denn da überhaupt? Ich seh da gar nichts. Was ist das? Sieht aus wie ein Trampolin. Was ist das? Das macht mir Angst. Hä? Huh? Kein Plan. Alter, voll geil. Wie bei Outlast. Ey. Das ist sympathisch, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie stört du dich. Oha. Hä? Wie geht denn das? Huh? Tschüss. Geht das dir? 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 Ah, ah, ah. Oh. Ey, voll geil. Voll geil. Samt, Tschüss. Was? Ihr glaubt, ich bin... Okay, ich hab gelacht. Was zur Hölle? Wartet das für ein Spider-Man? Mann. Bei drei muss ich sechs essen. Nee, Digger. Kein Hunger. Es kommt ja nicht mal irgendwas raus. Oh, Brudi. Ich muss jetzt sechs hier rauskriegen. Eins. Zwei, drei. Komm schon, komm schon. Vier, fünf, sechs. Also, einer kann weg. Lalalalalala. Okay. So, wie viele sollen das denn noch werden, Alter? Okay, ich darf jetzt wirklich nicht lachen. Ich darf nicht mal lachen. Ich darf nicht noch mehr Katzenfutterdinger werden. Let's go, weiter geht's. Ein Roboter? Wir wissen es. Wir glauben es nicht nur. Say it like this. Wir haben es doch geguckt. Wir gehen direkt ins Caillou-Ding rein. Und ich darf jetzt wirklich nicht mal lachen. Weil wenn ich jetzt noch mal lache, dann habe ich sieben. Oder? Ne, vier. Ne, drei waren sechs. Was? Nein, nein, nein. Was labere ich? Warte, wenn drei sechs sind. Dann müssen vier, acht. Ja, okay. Ich darf wirklich nicht mal lachen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das essen soll. Ob ich dann direkt so... Oder... Naja. Klär mal am Ende. Okay, wir gucken jetzt die Mario-Farke. Let's go. Übrigens, alles könnt ihr nicht so wieder mit den Schreibungen. Ah, ich habe deine Prinzessin. Du bist blöd. Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Hast du es nicht langsam satt gefangen, um zu werden? Du blöde Schlampe. Das war aber ein wenig. Glaubst du, ich habe kein Leben? Habe ich nicht schon genug mit Scheiße zu tun? Ich als verdammter Klempner? Glaubst du, ich bin fett? Das ist das letzte Mal. Das letzte scheißverdammte Mal, dass ich deinen Scheiß-Arsch rette. Wir gehen jetzt heim und rate mal, was du lutschst. Meine Eier! Und, äh, wann kämpfen? Wenn du unbedingt mit jemandem kämpfen willst, dann geh zu meinem scheißbehinderten Bruder! Ich bin den ganzen Rotz hier leid! Fuck. Was ist das wegen der Röhren? Die Röhren, die Gruben, die gottverdammten Bodenranken! Äh, ja, aber die Ranken helfen dir doch an sehr hohe Orte zu bieten. Es sollte erst gar keine gottbeschissenen hohe Orte geben! Okay, wo er recht ist, hat er ja recht, oder? Sollte ich den Kopf abhacken und dir meine scheiß Ladung in den Alp feuern! Kapisch? Hilfe! Ja, Mann! Gut! Danke, ihr Lutscher, dass ihr meine verkackten Spiele spielt! Dammt der Hure! Ah, wie beginnt denn das? Von wegen gottbeschissene Periode! Äh, die haben... Was ist das? Ich glaub, das ist der, ähm... Ah, das seht ihr gar nicht. Wartet hier. Hier, hier, hier. Da! Ich glaub, das ist der... SN64, der super... Mann, ich weiß grad nicht, wie er high ist, aber das muss der SNES sein, oder? Du willst bloß nicht wecken! Und das ist mir scheißegal! Jo. Denn wenn du auf deinen Klin liegst, werde ich ihn dir in deine Fresse rammen und meine Scheiße in dir entladen! Boah! Ah! Welches Arschloch! Oh, hallo, wie saß er? Oh, hey, äh, Mario, alles fit? Hey Mario, alles klar. Äh, hör zu, wir haben Beschwerden von einem anonymen Anrufer bekommen und sind nur vorbeigekommen, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Oh ja, wir gucken nur gerade die Sopranos und haben die Lautstärke aufgedreht. Sorry! Oh, ne gute Serie, Mario. Gute Serie, Mario. Ja, die Sopranos sind cool. Alles klar, scheint alles in Ordnung zu sein. Hä? Warum seid ihr dann hier gewesen? So, Freunde, das war ihr Mario. Ich kann das nicht mehr. Schauen wir uns das letzte Video an. Was ein sehr, sehr besonderes Video ist. Let's go! Von den Fortnite-Brüdern. Let's go! Wow. Hihi! Komm, Simon, du bist der King hier. Komm, Simon, du holst heute den Epischen. Alter, was? Er macht eine Pause. Okay, komm, das ziehen wir auch noch mit rein. So, Freunde, kommen wir zur Bestrafung. Auch wenn ich darauf absolut keine Lust habe. Wir machen das. Komm. Ich habe sonst immer auch alles abgebrochen. Ich habe immer alles abgebrochen. Sogar die Tomate habe ich nicht ganz gegessen. Das würde ich sagen, ziehen wir es durch. Auch wenn ich sage... Ey, das sind schon echt viele. Warte, kann ich... Das sind halt schon wirklich viele, ne? Komm. Komm, wir machen es. Okay, warte. Ich hole mir was zu trinken, würde ich sagen. Damit ich es direkt hinter kriege. Ich hole mir kurz, was zu trinken. Okay. So, ich habe mir jetzt hier frisch gepreschten Orangensaft drin, weil ich das immer am meisten mag. Ich kaufe mir nichts mehr in der Tetra-Pack. Ich bin nicht alles überzuckert. So, Freunde. Man muss im Leben auch mal etwas machen, worauf man keine Lust hat. Aber man muss es machen, um mit dem Leben weiterzukommen. Ihr habt es hier zuerst gehört. Boah, ich zittere ein bisschen. Komm. Ich bin nicht der Erste, der das macht, ne? Nein, eins ist runtergefallen. Drei Sekunden Regel. Hier ist es auch drin. Ich lüge hier nicht. So, jetzt hier ohne irgendwas. Boah, mir ist echt schwer zu kauen. Boah, mir ist echt schwer zu kauen. Okay. Okay. Ich glaube, wir haben es. Ne, komm. Wir haben es. Ich habe einmal im Leben eine Challenge durchgespielt. Ich kann das nicht mehr. Ich bin durch. Ich bin durch mit den Nerven. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sind kurz. Oder abonniert den Kanal. Wir sind kurz vor der Tausend. Ich muss Zähne putzen. Ich kann das nicht mehr. Oh, ist das widerlich. Jetzt stinkt auch alles. Hier nach Katzenfutter. Nee, komm. Nee, komm. ich würde mich nicht mehr überlegen, wenn ich mich nicht mehr überlegen habe, dass ich mich nicht mehr überlegen möchte. Ich werde mich nicht mehr überlegen, weil ich auch nicht mehr überlegen kann. Vielen Dank.